Zurück zu einer weiteren Folge von Tech-Classic mit dabei, David. Hallo. Und ein 85er-Wetter. Hallo. Ich muss erst mal die Maske abnehmen. Ja, deine Maske. Gibt es eigentlich hier schon Strohbein? Nein. Gut. Für den Ball müsste über 18 sein. Was? Maske. Strohbein. Achso. Also ich fand ihn witzig. Ähm. Redstone. Brauch Redstone. Äh, warte kurz. Bleib mal stehen. Hier. Ganz viele Redstone. Du kriegst die Hälfte von meinem. Nicht ganz die Hälfte. Und dir. Die ganzen Dias da. Also ich hab in mehreren Kisten schon versteckt einige gefunden. Ja, ich auch. Was machen die da? Dein Plan. Nee. Extractor kommt rein. Nicht. Da ist der Extractor. Wo sind die Overclocker hin? H.I.V. auch schon gefragt. Hm. Die Suche nach den Overclockern. Machst du denn gerade welche oder? Wer ich dann? Grafte mir meine Höschen. Was? Grafte mir eine Hose. Achso. Ja. Äh. Ja. Ja. Vielleicht kriegen wir auch noch so berühmte Persönlichkeiten wie Iceman noch gefragt oder so. Die nicht doch noch Lust hätten. Vielleicht könnte man noch Sergej fragen. Könnte. Ja. Oder Jacky, von dem ich auch schon lange nichts mehr gehört habe. Ja, ja. Ja. Was mit die Hasebüße keine Blase. Keine Hoffnung. Ja, hier war das Loch. Ja, mit den Zauberungen macht es schon mehr Spaß. Aber ich verstehe nicht, warum, wie, wie verliere ich denn pro Flug? Wie meinst du? Wie viel verliere ich pro Flug? Das kommt drauf an. Wenn es voll gefressen, wiss es mehr. Wenn es weniger, wiegt es weniger. Stehe denn da irgendwann die Anzeige Too Fat To Fly? Too Fat To Fly? Okay. Erderziehungskraft ist zu hoch, ne? Sorry, ich habe mich verbaut und höre auf damit. Oh, hast du diese Tafel gelesen? Ja, blaue, schwarze Wolle hier. Okay. Haben wir nicht hier angefangen? Nee, haben wir... Ups. Was? Hä? Gefällt. Also bei mir war das nicht. Kann ich hundertprozentig sagen. Ich, dass ich das nicht war. Hä? Ja, wie haben wir denn angefangen? Ja. Ey, die Rüstung bringt ja gar nicht so viel. Haben wir hier angefangen? Nee. Haben wir hier angefangen? Wo angefangen? Doch, wir haben da drüben auf dem kleinen Hügel angefangen, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Mal das Folge 1 angucken. Ja, bloß das Problem ist, da habe ich nie F3 benutzt. Weißt du, wie krass. Das ist eine Mini-Map. Wir müssten eigentlich... Wir hatten hier wieder... Yoshi war das bestimmt. Was? Hier ist ein 4x4 großes Block. Frei. Hier drüben. Ja, ja. Tornados. Einfach mal so'n Loch. Ich dachte schon, hier steht irgendwas. Hm. Wir haben es wieder. Nee, es... Ja, sowas passt. Yoshi, du Schwein! Jetzt ist das Loch noch größer. Größer oder tiefer? Hm. Wie sieht die jetzt eigentlich aus? Schwarz. Woher bist du denn? Du hast eine rote Achse in der Hand. Ja. Und rüschst du? Cyber-mäßig. Fehlt eigentlich noch dieser Nanodolch. Nanodolch? Ja, Nanodolch. Nanoschwert heißt das. Ähm, Nanosilber. Den musst du aufladen. Ja, das ist aber nur ein Käse. Du bist bei einem Ender-Drache Akkuleer. Ja. Du hast kein Müller. Du kannst ja nicht mehr kämpfen, ne? Ich weiß zwar nicht, warum das ist, aber wieso ist dieses Haus besser ausgebaut als unseres? Weil ich es... Das Atomkraftwerk ist besser ausgebaut als unser Haus. Ja. Das ist mehr verziert und alles, aber unser Haus... Waaaaaah. Creeper. Weit vom Haus weg. Naja, so weit noch wieder nicht. Huh, das war knapp. Hä? Warte laaah. Bring mal Erde mit. Sie bringt mal Erde mit. Der bringt die Rüstung echt mehr? Tatsache. Dark-Matter-Rüstung bringt mehr wie die Nano-Sud-Rüstung. Äh. Ja. Dann gemein die Rüstung von einem anderen Mod zum Bessel. Wie rund. Aber die sieht in der hebbenge einfach geil aus. Dann leuchte ich jetzt grüüüüüüün. Und schwarz. Und blau. Und wenngeschön. Was denn jetzt? Entscheid dich mal. So. So dumm. Boah, ich freu mich schon auf die automatischen Farmen. Oh Gott, ich hab fast auf die falsche Taste gekommen. Wer? Ich. Das ist mein Samstag-Nieser. Ich weiß nicht, immer Samstag hab ich dann so einen Scheibenkleister anfallen. Samstag um 11.15 Uhr. Wo ist mein Knoppers? Yoshi, wo ist mein Knoppers? Wo ist mein Knoppers? Norgens, kaputt. Okay, gut. Lass mich raten, er hat seine Nüsse gebrochen. Nee, er hat gar keine Nüsse. So. Bappencreepo. Ah, wir können das da herstellen. Abopo, gut, dass du mich darauf hinweist. Ich kann ja mal wieder gucken, ob wir was hergestellt haben. Ach so, da unten ist was gewachsen. Ja, was blaues? Was grünes? Was braunes? Pfff, etwas schwarzes. Also wir haben, na super, ich hab Zuckerrohr hergestellt. Ja. Noch was. Äh, ja. Äh, nein. Da könnte was Neues werden, hier. Aus der schwarzen Pflanze? Hm. Ich muss erstmal wieder diese Sticks suchen. Oh, shit. Genau, deswegen suche ich diese Sticks. Da hast du schwarze Farbe. Nee, jetzt ehrlich, du hast Tintenfische gesammelt. Tintenbeutel. Nein. Ach, da sind sie. Da ist Tintenbeutel rausgekommen. Gut, dann können wir das ja abernten. Und neu. Das Zuckerrohr, das können wir auch abbauen. Das ist in der Mitte geschwachsen. Und das hat er gut gemacht. In der Mitte kannst du die beiden nochmal abholzen. Geht nicht. So, hast du ne Hacke dabei? Neee, ich. Joschi, wenn die Mitte nix ist, ne, dann kannst du die gleich wieder abreißen. Du brauchst nicht Neue. Wozu brauche ich hier, äh, Pflanzen? Äh, ich hab keine Stöcke mehr. Nee, hab ich nicht. Dafür wieder ein paar unbekannte Samen. Äh, weg, 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 weg. Nein, ach. Damit lässt du gehen. Damit ist so still. Jaja, also, man darf anscheinend keine Blowgun anfassen. Okay, gut zu wissen. Die bringt dich, die kickt dich. Na, das sagt der blöde, sagt er sauber. Nein, David. Wieder David. Nö, nö, nö. Nicht schon wieder was zum Trollen. Ich werde die Beine am Wasser über Tasche durchgeben. Uh, das wär lustig gewesen. Aufnahme läuft, das ist nur wie das, wenn die Gips sich so hin und her tackelt. Aufnahme macht es selbstständig irgendwie was. Äh, davon brauche ich ein paar... Jetzt ernt dich mal hier diesen Garten ab, das stört mich. Garten? Ja. Erzähl mir mehr davon. Na nicht, Sido. So. Mach ich das gleich hier. Wo zur Hölle ist wieder schon wieder meine Spitzhacke? Äh, meine Hacke. Fast jede Folge, wo ich hier unten bin, muss ich mir eine neue Hacke craften. Da wusste dir nicht. Wirklich jedes Mal. Warum habe ich jetzt Schaden bekommen? David in der Nähe? Weiß ich nicht. Uah. Ne, wenn man einen Baum fällt, und dann fällt etwas auf dich runter. Hä? Frage. Ach nee, David ist in der Nähe. Frage gleich Antwort. So. Jetzt bin ich schuld. Ja. Weil du irgendwie rumläufst und irgendwas kaputt machst und einen Schaden bekommst. Ah. Da fühl ich mich gemobbt. Ja. Ja. Geh in die Ecke und schäm dich. Boah, wo sind die Overclocker? David, stellen wir ein paar her. Genau. Sei mal produktiv. Nee, nee, ich darf nicht ins Haus rennen. Wenn ich einen in den Kiefer stricke, ist mir das ganz Haus. Ja, dann mach halt die Rüstung weg. Genau. Das wäre so die einfachste Möglichkeit. Nein, das geht ja so. Kommt er bestimmt noch drauf. Oh Gott, ey. Denk ich eben wohl nicht. Ach, bestimmt wieder in dein blöden Recycler drin. Nein. Ich ja. Nein. Vielleicht da oben bei den hessigen Recycler. Stimmt, da oben habe ich welche gesehen. Ich frage mich immer noch, warum da Recycler stehen. Oh nein. So, weg dann. Da sind aber auch keine drin. So, weg dann. Wo hast du aber ich hier gesehen? Overclocker außerhalb des, äh, unseres Hauses. Irgendwo, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, Nordosten. Nordwesten. Korrigiert, Nordwesten. Direkt am Wasser gelegen. Das siehst du auch auf der Karte. Das ist so ein kleiner roter Punkt. Was ist da, wo die Recycler stehen, oder? Ja, genau. Die Recycler meint er. Da sind aber auch keine. Da sind aber keine drin. Aber ich habe gesagt, da sind auch keine. Oh Mann. Oh, David ist nackig. Oh Mann. Also theoretisch bin ich soweit vorbereitet. Theoretisch brauche ich jetzt einen Overclocker-Armdates. Wo sind denn die? Ich habe keine Ahnung, wo die, wer die jetzt, jetzt den letzten Genutzt hat. Wir hatten einen kurzen Streit. Wer, wer die jetzt haben soll. Ich habe gesagt, okay, dann nimm die. Und seitdem fehlen die eigentlich. Dieses hier. Ja, seitdem fehlen die. Wahrscheinlich hat die Pac-Men im Winter. Boah, ey. Das wäre echt übel, weil das war ein... Hast du unten die Maschine geguckt? Meine Biogasanlage? Ne, da ist nichts drin. Boah, ey. Komm, jetzt nur noch Leute drauf auf das Sorgen-Tipo, äh, meine... Ding. Merken? Diesen Satz bitte merken. Äh? Die singen. Die singen können. Äh? Wir sind schon wieder durch. Äh? Wir sind durch. Okay, Leute. Ich bin zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Nope.